Feuer frei für DJ Birch aus dem Studio. Vielen Dank an Radio Korax, dass ihr das noch so schnell möglich gemacht habt und wünsche euch allen da draußen viel Spaß und ja Elisa, du spielst so lange wie du Lust hast oder wie du kannst oder wie du möchtest oder musst und sagst uns einfach Bescheid per Chat, wann du gerne aufhören möchtest und dann gehen wir raus. Du bist jetzt gleich online, ich sag dir Bescheid und zwar können wir dich, achso, du bist schon, du bist schon, okay, dann haben wir das Bild jetzt schon wahrscheinlich und würden jetzt dir nochmal kurz das Reden überlassen und ich halte jetzt einfach mal die Klappe und lass dich machen. Bis dann, ciao. Bis dann. So, dann hoffe ich mich hören jetzt auch alle. Du hast schon zu sehen. Ich lasse mal das Telefon offen, falls doch noch ich nicht zu hören sein sollte, dann kriege ich ja bestimmt gleich die Info. Aber ja, ich freue mich jetzt hier live bei DaveTV zu sein und möchte mich auch nochmal bei Radio Korax bedanken, auf jeden Fall, dass das jetzt hier so cool möglich ist und vor allem bei Max und Franz, die da hinten sitzen und mich bis hierher begleitet haben und natürlich auch Konrad und Axel, die uns sozusagen in Dresden live begleitet haben. Und genau, am Freitag war ich beim Opening vom Dave Festival, was der absolute Knaller war und freue mich jetzt auch wieder sein zu dürfen. Und ja, Freitag sehen wir uns dann hoffentlich alle in der Koralle zur Party. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und wurde jetzt hier auch schon von Familie, Freunden und Freundinnen per Chat begleitet. Auch an euch nochmal alle großes Dankeschön und freue mich, dass ihr jetzt vielleicht noch vor der Bettzeit reinschaut. Und ja, dann würde ich jetzt einfach anfangen. Wir machen bis zur Geisterstunde, weil dann ist nämlich hier auch Schicht bei Korax. Und ja, hoffe, es gefällt euch. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal. 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 I'm a lawyer, and what I'm doing here now is illegal. However, there are considerations that transcend the legalities of the situation. All right, take it and put it in your mouth. Like that. And you inhale very deeply, like this. Like that. As you inhale, curl up the edges of your mouth so that you let in a lot of oxygen, along with the smoke. It is very important to get a mixture of grass and oxygen. After you inhale, do not exhale immediately, but inhale very far into your back. Hold it in with your diaphragm for a count of ten. Repeat, do not hold on to the joint. This is called bogarting the joint, and it is very rude. So you take it, and you pass it to the person sitting next to you. You said we should count to ten. How fast should we count? Just fast enough so that you don't pass out. So you don't take it, and you step back into the joint. All right, take it. Save the resource and wszystkings right on your back. So you can move the strings like that. You have to. One of your wounds. Oh wait. How fast should I start? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.